moin moin liebe leute ja ich wollte nur bescheid sagen dass bei mir eine störung aufgetreten ist durch den wlan router und deswegen konnte ich gestern nicht so gut die videos drehen sowie heute morgen oder vorhin deswegen wollte ich nur bescheid sagen und ja so wie ihr gerade sieht mein fernseher habe ich auf meinen schreibtisch mit dem laptop und tablet ja ich bin gerade bei umzumodeln und zwar nicht 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 das ist jetzt habe ich schon wieder den faden verloren naja ist auch scheißegal ja und zwar ich bin umgezogen ich bin von meiner familie ausgezogen ich habe meine eigene familie ich habe eine kleine tochter diesen neun monate alt und meine frau und meine tochter sind gerade kurz unterwegs und ja wie sie wie ihr auch sieht das ist mein dachboden oder ehemaliger dachboden ist hier zum teil gästezimmer und büro da wo die karton stehen da wird nachher noch im zweiten schreibtisch stehen extra für meine frau dass sie da auch noch ihr pc hinbauen kann und ja das war es dann soweit von mir wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen hoch wenn ich weitere videos drehen soll egal welche denn schreibt das in den kommentaren und nicht zu vergessen zu abonnieren denn bis dann